Ich zeige Ihnen jetzt eine Rucola Pesto mit Walnuss und die werde ich danach überreichen mit diesem Rotpap Sandwich und Polentabrot. Also für mein Pesto brauche ich Petersilie Krause, die ist vorher gewaschen worden. Mache ich das einfach im Küchenmixer. Das wird sehr oft mit Mörser gemacht, aber das ist eigentlich langwierige Arbeit. Und für die Hausfrau zu Hause zum Nachkochen ist es viel einfacher und viel angenehmer zuzubereiten, weil es im Küchenmixer gibt. Und ich denke, es gibt ziemlich viele Hausfrauen, die zu Hause auch sowas haben. Dazu brauche ich einen halben Knoblauchzeh. Ich mache reichlich Olivenöl rein, dass die Petersilie richtig schön fein püriert wird. Aber es ist sehr wichtig, dass eigentlich das ganz schnell passiert. Sonst oxidiert die Petersilie und wird grau. Dazu mache ich unsere Rucola rein. Ich benutze dazu ein bisschen Walnuss, die ich grob packe. Weil ich finde das immer angenehmer, weil man die Produkte nicht mit gemixt sind erkennt. So, das reicht. Mein Pesto ist eigentlich fast fertig. Ich fahre schön abkratzen. Die Walnuss rein. Ein bisschen Parmesan. Jetzt mal vermengen. Das muss nicht zu dick sein. Das ist eigentlich bei der Pesto schon angenehm, wenn es leicht grob geschnitten ist. Und das Rucola-Pesto wäre fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachprobieren, Nachkochen und Abschmecken von ihrem Gericht.